ja ich habe noch 49 leben ich brauche ich nix dran tun es ist einfach passiert ich überlege mich schlafe das mit nicht nicht dass wir zu gefährlich hier den haben die kaputt geklappt gar nicht die haben den schlafsack kaputtgemacht du hast alles rausgenommen was rausgenommen was genommen hast du hast einen bogen das ist der sogenannte downgrade gleich mal ab wenn du top ist ein grüner stich mal ab und das ist gegratet ich habe gegratet fertige einschlafs fertigen wir brauchen federn hat jemand bock auf pop und pilz das pop and pilz pop die pilz dort ganz viele leute wieder hier platziere im schlafsack das ist nicht nur ein bisschen hässlich obwohl es ist nur ein bisschen was ich ich kann es ja nicht so richtig kann ich richtig das wird schlimmer dass das heißt vor allen dingen so das kann man da ist ein schlafsack da ist ein schlafsack hat wo ist ein schlafsack beim tisch und am feuer am feuer jetzt kommt gar kein platz mehr für so was das viel mit chen ja hasch hasch was mit hasch was ist das ist das hessisch hier das maschen da schau in der morning nee das war ostdeutsch als menschen vorzellen es ist mehr sachen vorzellen in dem morning heißt es das ist nicht hässlich wo ist denn der gerät hier im pop und pilz ach so pop und pilz genannte pascher ich komme aus hessen die kommen aus hier oder beide köln kommen die hat beide köln beide köln beide köln beide köln also aber sauerei war zu sagen hier gerät hm hier hinter die weiss nicht so ist hasern ja nimm doch an 3er danke ja und 3er hätte ich auch gern ach so niger hat was das das würdest du ihnen gerne eine verbindete frage annimmt und sagen ob es ok ist wenn ich dabei und zum looten immer weit weg geht blablabla nicht bei uns in der stadt nein no way no diskussionen ja die map ist diesmal wirklich sehr die ist riesengroß die map die ist das vierfache von der letzten map der stadt ja und hunderte städte trinchen 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 ich rieche immer der krieg das ist immer wichtig wo kriegen wir jetzt federn her was fehlt dann haben wir noch in der kiste ja kann man ja kann man gar nicht genug haben von federn warte was denn tuto achso hier ach ne jetzt ist es wieder abgestürzt weißt du wie lange das dauert achso ja stimmt ja du bist aus der eifel du bist ja aus der eifel ich hab das auch auf dem laptop aber der ist so laut das willst du nicht hören ja wenn der ventilator angeht ne mhm ja ich würde es auf dem laptop mal probieren ja aber der ist laut ich hab 8 Jahre ich hab 8 Jahre ich hab 8 du alt bist du doch naja nicht ah Toto wo bist du denn ja hier help you me help you me was ist hinter uns los ah keine ahnung ich komm ich durch die wände Toto ja ich bin mal weg ich hab ein knüppel ich bin mal weg ich komm gleich wieder sammelt das Holz sammelt das Holz ja hier sind eh nur Pillen das scheiße ja ich geh alles nach hause bringen ich auch okay wofür ist denn die Spritze du was Toto du hast gesagt du lässt die scheiße sein oh guck mal hier da geht's mir da besser ach Toto Toto und die Spritze weiß ich nicht okay ich glaub ich hab die jetzt weg das hört ja nicht auf zu bluten was ist halt was hast du denn ich hab dann Blut drauf keine ahnung Antibiotika Vitamine wach die Vitamine so gut dann wird ihr dich wieder gehauen ja ich bin gar nicht in der Nähe ich mach hier meine Quest nix gemacht was für eine Quest wow hier oben rechts immer dieser kleiner Stein baue dies baue das baue jenes ich denk wir sammeln hier erstmal Zeug ja ich mach das doch nur weg und die macht denn sowas ist doch nicht normal mit der was denn ich hab mir nur Anziehsachen gemacht und wie nen Rucksack und nen Schlafsack mach ich das nicht oder was Toto nicht komm dir gleich vorbei ne und dann klatsch rechts und links du bist dann das kannst du noch nachts machen ja echt was will ich nachts machen mir nen Schlafsack bauen warte denn nachts bist du ja ja sicher ich komm euch gleich rum tickst du denn überhaupt noch richtig wow du stehst dann am draußen ja wir brauchen holzfedern brauchen ja 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 aber nicht so ich hab so lange gebraucht um hier rein zu kommen dann seid ihr zu ja bei dir dauert das eh immer ein bisschen länger besser so als anders von der tote rede was von der sprung vom reinkommen und so braucht schon was ja es ist normal dass es jetzt so ist ja ich möchte von der flöte nicht sprechen das zehnfinger spielsystem da das zehnfinger spielsystem das ist mit ihm mit ihrem klavier ja das müsstest du eigentlich kennen ja genau das wird ja nur von der flöte ablenken das sind eine zehnfinger systeme so was muss ich machen noch feine kreuz knüppel der wasser abend da musste ich noch gucken aber so weit war ja hier vorne im haus drin ist eine disco ich habe leere gläser dabei ist kommen ja nicht der disco wo ist eine disco da wo wir drin schlafen rotze genau da ist doch keine disco dann merkt man wirklich hast du es ist ein theater das ist ein theater die wissen sie können sie wissen auch nicht was er hat und denken wenn er eine disco ja damals war alles anders lassen es gerade aus das ist drei wochen was denn das ist ein theater steht doch dran steht oben hast du es gesehen und oben stehen wo die disco das merkte dieses mobbing naja wir sind immer freundlich zuvorkommend kann man singen kann man auftreten da können wir abends immer hier so so auftritte machen ja ja die Kieler und so will es sehen ich bin es bei der Hose sehen mit es ist es ist es ist es ist es aber nur wenn du Klavier spielt hier steht keins doch das Kümmerbauen tut mir leid Toto Baut 1 höll ich brauche ja nichts du bist auch so gerne bauen ich wollte kein Klavier hier was tut denn hier ja die Quest der macht die Quest ja das war verkehrt geraucht oder was das sieht doch gut aus das ist eine Trennwand Toto was denn das? eine Trennwand der Toto meinte er wollte gerne alleine da hinten schlafen ja 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 mach ein Lagerfeuer ach so muss ich auch noch machen ja muss ich auch gerade machen du hast ja gar keine Steine ich hab alles ich hab fertig ey wir müssen zum Trailer laufen ich such's noch Lagerfeuer das ist eine Quest verstehst du was für eine Quest danke ja hier eure Kackdinger da ja man reißt das doch wieder ab da das scheiß Ding du musst doch hier hin bauen du musst doch hier hin bauen was denn ja da da äh da da wovon redest du denn ja von deinen drei Blöcken wieder das ist eine Küchenzeile du Idiot Toto ja das ist eine Einbauküche ja hast du schon mal eine Einbauküche gesehen wo hier so ein Kühlschrank steht oder was wow hier davon gar nichts mehr kann ja nicht wahr sein ich zieg gleich aus so schlecht fand ich das jetzt gar nicht ja also ja da ist eine Farbe noch drauf und dann ja wir haben doch eine offene Küche hier wow ich rede mit euch gar nicht mehr ja die ganze ihr Video erzählen mit der Einbauküche oder was ja die ist voll schlimm ist sie die will immer alles haben was will ich denn haben ja eine Einbauküche will sie haben ich will keine Einbauküche alles ach Whirlpool ja Whirlpool kannst du hier machen ne Whirlpool für alle ja natürlich der eigene Bläschen der Wühlt der Wühltpool was der Wühlt was der Wühltpool der Wühltpool die hat auch was am Bühlen aber ganz gewalt was ist denn ein Wühltpool ja man schau mal du musst ein Toto fragen wenn der das so sagt ne ne du sagst so was nicht ich der Wühltpool warum bist du jetzt so fies und Toto was ist mit dir ich schieße dir gleich in den Kopf machst du eh nicht so lange Arme hast du gar nicht ja aber so langweil kannst du mal sehen wie gereizt die ist ja richtig gereizt so wenn man was verkehrtes sagt weiße so gegen sie aber sie darf schießen weiße äh mimi 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 die ist mit dir nicht in Ordnung hör auf ey ihr seid voll fies ich hab gar nichts gemacht ne jetzt wird ein auf mitleid magst du ja 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 ich mach wie das so auf Rehauge weiße so ich glaub Steine ich glaub Steine viel mehr braucht man dich ja nicht ja siehst du mal wie fies der ist wer ich war gar nicht so gehört ja als wenn du jetzt auf einmal steht nicht mal zu irgendwas rocket ich hab jetzt steht bei mir nicht was da weiß ich auch nicht was hat sie eigentlich ja beim Radaruss bei ihm schießen warum ist sie nicht in der Gruppe ach ja ich bin ja gar nicht nicht in der Gruppe aber Massenhotte da hat er nur ein Foto ja ich hab hier gerade Hebammen Rocket wie ist es ich schaue nicht äh Klapperstein was für ein Klapperstein du hast du gekriegt ich hab mich nur unterhalten gerade ich glaub der kann nur der Gerrit machen äh kann nur die Gerrit machen kann nur die Gerrit machen ja so wir brauchen Fleisch ja dann Metti wie hältst du das mit den beiden immer nur aus hä frag mal hier an die sucht ja die Nähe zu uns ja eben hat man sich andersrum ich ziehe jetzt raus altklar jetzt woanders hier im Hotel war gestern die Sachen aber nicht ne ich bin okay hol ich mir neu jetzt bin mal hier und da